Jens Drungenbrot, ich sehe ein enttäuschtes Gesicht, nicht ohne Grund. Wie hast du das Spiel gesehen? Wir waren die Spielbestimmung mit der Mannschaft, haben viel Ballbesitz gehabt, aber letztendlich haben wir nicht diese Durchschlagskraft gehabt, dass es zum Tor reicht. Also ich habe eine sehr starke erste Halbzeit gesehen, innerhalb der 2 war es ein bisschen schwächer. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen direkt nach dem Spiel, aber kannst du vielleicht schon eine Einschätzung geben, was ist da schief gelaufen? Ja, wir wollten einfach an dieser ersten Halbzeit, wo ich denke ganz gut war, wo wir viel Druck aufgebaut haben und immer wieder sie auch angelaufen haben, da wollten wir daran arbeiten, dass wir so eine zweite Halbzeit haben, aber das ist uns auch nicht... Ja, es war eine Phase so Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir nochmal Druck gemacht haben, aber danach... Es war einfach ein bisschen zu wenig, einfach, eindeutig. Ich habe gesehen, du hast oftmals in die Hände geklatscht, versucht Spieler so ein bisschen wach zu rütteln und so hattest du das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit das so ein bisschen eingeschlafen ist, das Spiel, dass du die wach rütteln musstest? Ja, wenn du gerade zu Hause 0-0 steht und du hast immer noch die Möglichkeit das Ding zu gewinnen, dann musst du einfach alles tun und das wollte ich damit ein bisschen signalisieren, dass wir weitermachen sollen, dass wir weiter vorne drauf, dass wir vielleicht rutscht einer rein, das war eigentlich der Grund der Sache. Alles klar, vielen Dank. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, wir haben uns sehr viel vorgenommen, der erste Auftritt im neuen Jahr, die Chance sogar den Gegner in der Tabelle zu überholen. Insgesamt haben wir uns das sicher anders vorgestellt, dass eine Serie zu Ende geht. Aber ja, es war ein Spiel, was sicher nicht von großem Unterhaltungswert für die Zuschauer war. Der Gegner hat sehr kompakt gestanden, wir haben wenig Mittel gefunden, um den Gegner in der Defensive zu knacken. Es waren einige Möglichkeiten da, auch Eins-gegen-eins-Situationen da, um das Spiel für uns zu entscheiden. Und ja, dass man am Ende noch mit ganz leeren Händen dasteht, tut natürlich weh und wir sind alle enttäuscht, müssen das Spiel verarbeiten. Es bleibt dabei, ich habe ja gesagt, die ersten neun Spiele, die auf uns zukommen, konnten die Preußen in den Innenrundern nicht gewinnen. Wir sind jetzt beim zweiten angelangt und werden alles dafür tun, dass wir das in den nächsten Spielen besser machen und korrigieren können. Danke.